Ein Monoposto ist ein Rennwagen mit einem einzigen in der Wagenmitte angeordneten Sitz. In der Regel handelt es sich um sogenannte Formel-Rennwagen. In vielen Rennklassen fordert die Homologation mehr Sitze, obwohl nur noch bei Rallys ein zusätzlicher Sitz besetzt wird. Die Federation Internationale DL Automobile sieht in ihrer Formule Libre oder Free Formule die größten Freiheiten für Einsitzer vor. Schränkt ihre Karosserie kaum ein und grenzt sie von zweisitzigen Rennwagen ab, die sie Sportwagen nennt. Geschichte Im Jahr 1911 wurde mit einem Monoposto gegen 39 mehrsitzige Rennwagen auf dem Indianapolis Motor Speedway das Rennen gewonnen. Das inzwischen als Indianapolis 500 ein Begriff ist. Sein Konstrukteur Ray Heron hatte statt eines Beifahrers einen Rückspiegel vorgesehen. Durch diese Idee hatte sein Marmon WASP weniger Masse und bessere Aerodynamik. Schon im Jahr 1913 war der erfolgreiche Monoposto von Peugeot mit DOHC, Steuerkette und Trockensumpfschmierung von noch beeindruckenderer Aerodynamik. Für einige Jahrzehnte behielten Monoposto seine hohe schmale Karosserie. Das änderte sich mit der Abkehr vom schmalen Leiterrahmen. Der Mercedes-Benz W 196 brachte einen ziemlich breiten Gitterrahmen mit und man ging noch weiter. Je nach Rundkurs wurden verschiedene Karosserien mit oder ohne Kotflügel gefahren. Mit den aerodynamisch geformten Kotflügeln stieg die Höchstgeschwindigkeit. Aber ohne Kotflügel kann der Fahrer in Kurven das Vorderrad am Straßenrand sehen. Als Mercedes-Benz nach der zweiten Saison und dem zweiten Weltmeistertitel wieder aus der Formel 1 ausgestiegen war, unterband man solchen Aufwand. Seitdem muss in den meisten Rennklassen für Monoposto so eine Radabdeckung gefahren werden. Auf Englisch unterscheidet man Single-Seater und Open-Wheel-Cars. In späteren Jahren entwickelte sich ein reger Wettbewerb, diesen aerodynamischen Nachteil zu mindern. Der sogar zu Monopostos mit sechs Rädern führte. Im Jahr 1990 leitete der Monoposto Tyrell 019 von Halvi Postelweite und Jean-Claude Mijoux eine neue Epoche der Aerodynamik ein, in dem die Front seines Monocoques angehoben war, um die verdrängte Luft unter dem Fahrzeug zu führen. Diese Formgebung ist inzwischen auch bei Sportwagenrennen zu sehen, wenngleich sie bei den zweisitzigen Rennwagen nur eingeschränkt umsetzbar ist.